Neuer zu werden, angeschlagen vorne von Kiss & Ride. Dritte Durchgangszeit für den Muscle Masson, 1,16,7. Und die vorderen drei Kandidaten haben sich deutlich absetzen können. Kiss & Ride bringt das Feld hier gleich auf die letzte Ecke zu. Dahinter ging dann jetzt Yades Tadas nach außen. Dahinter Karamey. Und wenn alle drei glatt bleiben, dann sollten diese drei Kandidaten das bessere Ende zu guter Letzt unter sich ausmachen. Jetzt geht ihr den Einlauf hinein. Kiss & Ride ist vorne. Yades Tadas bemüht sich, aber Kiss & Ride bestimmt das Tempo vorne. Und Kiss & Ride ist vorne und wird vorne bleiben. Yades Tadas auf dem zweiten Platz. Und das dritte gilt an Karamey. Dann Linz-Sematik mit Samantha Hall. Der vorläufige Einlauf fürs fünfte Rennen. Es gewinnt die fünf Kiss & Ride aus dem Stall Payday. Trainiert von Bas Krebas. Gefahren hier von Dennis Minema. Zweiter die drei, Yades Tadas. Und dritter die acht, Karamey. Fünf, drei, acht. Vierter die sechs. Und fünfter die zwei. So, 100 Meter bis zur Startmarke. Und das war der Start zum Manfred Skotzky Geburtstagsrennen. Fehler in der Startphase von SIGSZAK PS. Nach vorne geht hier Kiss & Ride. Kiss & Ride übernimmt das Kommando an der Außenseite, setzt dann Wester, Bopar, Fäh nach. An der Innenkante ist Yades Tadas auch gut weggekommen. Übernimmt hier momentan die zweite Position. Kiss & Ride vorne. Pferde sind im Flughafenbogen. Kiss & Ride an der Spitze. Dahinter lässt sich derzeit Yades Tadas ziehen. Ein Fehler dahinter von Wester, Bopar, Fäh. So, Wester, Bopar, Fäh, nach dem Fehler disqualifiziert. Es geht an den Stallungen vorbei, unter der Führung von Kiss & Ride. Dahinter lauert dann in zweiter Position Yades Tadas. Karamey ist aufgerückt. Liegt hier in der dritten Position. Und die drei vorderen Pferde haben sich hier ein wenig absetzen können. Derzeit von Lincey Matik. Anschluss hat dahinter auch Samantha Hall. Das sind die verbleibenden fünf Kandidaten. Erste Durchgangszeit lautete 1.17.6. Es geht wieder in die Tribüne gerade hinein. Relativ ruhige Fahrt, die jetzt vorne angeschlagen wird von Kiss & Ride. Dahinter in zweiter Position. Die Favoritin Yades Tadas. Anschluss hat Karamey. Dann sehen wir Lincey Matik. Und am Ende des Feldes verlässt jetzt Samantha Hall. Die Innenkante ist an der Außenseite unterwegs. Die zweite deutlich ruhigere Durchgangszeit. 1.24.7. Es geht hinein in den Flughafenbogen. Und verändert ganz, ganz ruhige Fahrt, die vorne angeschlagen wird von Kiss & Ride. Kiss & Ride führt Yades Tadas dahinter. Karamey hat Anschluss. Dann haben wir vier, fünf Längen Rückstand bis zu Lincey Matik und dann Samantha Hall. Pferde sind Mitte der letzten Überseite. Jetzt scheint das Tempo ja ein bisschen freier zu werden. Angeschlagen vorne von Kiss & Ride. Dritte Durchgangszeit für den Muscle Masson. 1.16.7. Und die vorderen drei Kandidaten haben sich deutlich absetzen können. Kiss & Ride bringt das Feld hier gleich auf die letzte Ecke zu. Dahinter ging dann jetzt Yades Tadas nach außen. Dahinter Karamey. Und wenn alle drei glatt bleiben, dann sollten diese drei Kandidaten das bessere Ende zu guter Letzt unter sich ausmachen. Jetzt geht ihr den Einlauf hinein. Kiss & Ride ist vorne. Yades Tadas bemüht sich, aber Kiss & Ride bestimmt das Tempo vorne. Und Kiss & Ride ist vorne und wird vorne bleiben. Yades Tadas auf dem zweiten Platz. Und das dritte gilt an Karamey. Dann Linz-Sematik mit Samantha Hall.